Ich habe ein Single Leg Deadlifter oder der Flug. Wichtig ist, ich möchte etwas mit dem Felsen zuerst nach hinten schieben und mit den Händen nach vorne auch. Gleichzeitig. Bein ist gleich gewöhnt, den Stammbein und dann durch nach vorne und schieben nach hinten, schieben nach vorne. Wenn ihr einen Volleyball macht, den Ball waltet. In die Hände, in die Hände, in die Hände oder in die Hände. Wirklich probieren von hier. Hoch, strecken, hoch und nächste Mal. Schieben nach vorne, strecken, konzentrieren. Schieben nach vorne. Wie ist das? Okay. Und... Die Ohren. Eins, zwei, drei. Immer prekär wird. Ich gehe nach vorne. Gehe nach vorne. Und diese Position hier, in der Diagonal. Ob ich hier, Ellbogen und Knie berühren sich. Zurück. Ellbogen mit Fersen zuerst. Dreimal, wenn es geht. Hopp. Für die, die sehr gut sind. Gleiche Seite. Gleiche Seite. Und hoch. Und das Gleiche in der nächsten Mal. Die Hubert silent. Und die Chance. Undrwe Beta. Vielen Dank.